Es war wirklich einer der spektakulärsten Funde der letzten Jahre, die Mumie eines Wesens, das tatsächlich ziemlich so aussah, wie wir uns in unserer Fantasie ein Alien vorstellen. Der riesige Kopf, der lange schmale Körper, sollten die Alien-Darstellung also doch der Realität entsprechen? Vor 15 Jahren wurde die Mumie in einer verlassenen Stadt in der Atacama-Wüste in Chile gefunden. Was es also mit der Alien-Mumie auf sich hat, jetzt in Clixoom Science & Fiction. Herzlich Willkommen! Das war schon ein absolut spektakulärer Fund vor 15 Jahren in der kleinen verlassenen Stadt La Noria in der Atacama-Wüste in Chile, die trockenste Wüste der Welt. Die Mumie war extrem klein, hatte aber die Proportionen eines Erwachsenen. Es war eine absolute Sensation, doch zu einer wissenschaftlichen Untersuchung kam es nie. Schon kurz nach der Entdeckung wurde die Mumie verkauft und entzog sich damit einer genaueren Examierung. Doch irgendwann landete die Mumie auf einem Ufologen-Kongress in Barcelona und kam damit zumindest in die Nähe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ein Team um Gary Nolan untersuchte die Mumie dann 2013 zum ersten Mal. Vor fünf Jahren begann er dann die DNA-Sequenzierung. Und das Ergebnis war dann einerseits erwartet, aber auch ein bisschen seltsam. Das Erbgut war zu 91 Prozent menschlich, der Rest war durch die Verwesung zerstört worden. Und überrascht war das Forschungsteam vom Zustand der Knochen. Demnach lebte dieses Kind nämlich und wurde sogar sechs oder sieben Jahre alt. Ja, sehr seltsam. Jetzt hat das Forschungsteam seinen Abschlussbericht vorgelegt und muss sich korrigieren. Demnach war die Mumie wohl doch ein Frühchen, das aufgrund zahlreicher genetischer Veränderungen nicht lebensfähig war. Es war kleinwüchsig, hatte eine Skoliose, also eine Verkrümmung der Wirbelsäule und noch andere Fehlbildungen der Muskeln und Knochen. Schwere Stoffwechselerkrankungen haben wohl zu der falschen Analyse der Knochen geführt. Jetzt ist klar, das Kind starb vor der Geburt als Fötus. Dass diese Erkenntnisse jetzt alle so gut erzielt werden konnten, lag vor allem am Fundort. In der trockensten Wüste der Welt wurde die Leiche besonders gut konserviert. Wenn ihr als erstes Neues zu solchen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video, garantiert. Ihr könnt dort direkt über mich in der Redaktion von Clixoom mitmachen und mir Themen vorschlagen oder an Abstimmungen teilnehmen und mitbestimmen, was hier bei Clixoom passiert, der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, Aliens können wir sie leichter finden, ansonsten bis dann, bleibt dran.